Digitalisierung verändert unser tägliches Leben und wird zunehmend zur essentiellen Herausforderung. Aber auch zur Chance für alle Unternehmen. Das gilt nicht nur für das klassische Consumergeschäft. Auch assetgetriebene Unternehmen der Öl- und Gasindustrie profitieren. Im Mittelpunkt stehen dabei neue Technologien und die anfallenden Daten. Sensoren überwachen Anlagen und Infrastruktur in Echtzeit. Mit künstlicher Intelligenz und Data Analytics werden Daten analysiert, um die Produktion zu optimieren, den Fluss der Rohstoffe optimal zu steuern, Assets möglichst effizient zu navigieren und Wartungskosten zu reduzieren. Auch die technische Ausstattung der Mitarbeiter schreitet voran. Wartungsmonteure arbeiten durchweg mobil, bekommen Arbeitsanweisungen via VR-Brille direkt an den Arbeitsplatz gesendet und Ersatzteile können direkt vor Ort ausgedruckt werden. Digitalisierung hilft aber nicht nur im eigentlichen Kerngeschäft. Auch die internen Prozesse werden effizienter, indem beispielsweise manuelle Tätigkeiten durch Advanced Robotics ersetzt werden. Die Mitarbeiter werden von monotonen Aufgaben entlastet und kümmern sich um die wirklich wertstiftenden Aufgaben. Zum Beispiel der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle durch den Vertrieb der Daten. Um technologische Chancen nachhaltig zu nutzen, muss sich das klassische Unternehmen weiterentwickeln. Genauso wie die Organisation an sich. Agile Arbeitsmethoden und neue Fähigkeiten ermöglichen es, neue Technologien zu erproben und Daten zu analysieren. BCG Platinien begleitet Sie erfolgreich auf diesem Weg. WDR 2021 WDR 2022